Die ersten Sonnenstrahlen haben uns rausgelockt, um euch das neue Frühlingsdarm Outfit 2017 vorzustellen. Der April macht ja bekanntlich, was er will, deswegen haben wir uns für eine Ahatschelle von The North Face entschieden. Die Apex Flex mit dreilagigem Gore-Tex Material bleibt trotz weichem Stoff sehr robust und ist vor allem wasser- und windfest. Die Atmungsaktivität ist wie bei jeder Gore-Tex-Jacke immer noch gewährleistet. Dazu ist die Kapuze einstellbar und Reißverschlüsse unterm Arm erleichtern die Belüftung. Als Isolationsschicht haben wir eine Fleece-Jacke von The North Face ausgewählt, die Mezuelung Mar. Die Original Polartec-Jacke ist besonders kuschlig und warm, was ideal für kühlende Abende auf der Hüttenterrasse ist. Das darunterliegende Columbia Silver Ridge Shirt gibt uns viel Flexibilität auf Wandertouren und Reisen, UV-Schutz, Feuchtigkeitsregulation und vor allem Style. Dieser Lever Purs Relaxed Pants ist, wie der Name es schon verrät, bequem und eine Multifunktionshose. Dank des Zwei-Weges-Stretch-Materials, dem ergonomischen Bund und dem engen Beinabschluss ist die Hose einfach perfekt für jede Outdoor-Aktivität. Dazu ist sie wind- und wasserabweisend und damit bestens geeignet für anspruchsvolle Touren. Die Tage werden länger und die Temperaturen steigen, das hat uns natürlich ermutigt, endlich unsere Lieblingsschuhe anzuziehen. Die flache und dünne Sohle des Meryl Bear XS4 führt uns sanft in die Barfußschuhwelt ein, ohne auf eine ordentliche Isolation und Tragekomfort verzichten zu müssen. Soviel zu unserem Saison-Highlight der Damen-Outfits. In unserer Videobeschreibung findest du eine detaillierte Liste von diesem Outfit. Weitere Infos findest du auch auf unserer Homepage und bei Fragen hinterlass einfach einen Kommentar. Wir freuen uns drauf. Bis bald!